Bisher war ja niemand gezwungen, auf solche polizeilichen Vorladungen zu reagieren. Aussagen mussten nur vor Gerichten gemacht werden. Was genau ändert sich jetzt eigentlich mit dem neuen Gesetz? Es ist nicht ganz richtig, dass Aussagen nur vor Gericht gemacht werden mussten durch Zeugen, sondern Zeugen waren bisher verpflichtet, auf Vorladungen durch die Staatsanwaltschaft beim Staatsanwalt zu erscheinen. Das ist natürlich jetzt ein gravierender Unterschied zur jetzt eingeführten Rechtslage. Danach müssen Zeugen auch bei der Staatsanwaltschaft aussagen, wenn der Staatsanwalt das, wie gesagt, in Auftrag gegeben hat. Das führt natürlich zu einer ganz gravierenden Änderung der Zeugenrolle bei uns im Land. Bisher konnten Zeugen, die aus persönlichen, privaten oder auch, weil sie vielleicht Angst hatten, in eine Sache reingezogen werden, Gründen nicht mit der Polizei sprechen wollten. Jederzeit sagen, ich lehne eine Diskussion mit der Polizei ab, ich möchte das nicht. Das hat sich jetzt grundlegend geändert. Jetzt besteht eben auch, nicht nur gegenüber dem Staatsanwalt, der ja immer meistens weiter weg sitzt, sondern auch gegenüber der Polizei, zunächst mal eine grundsätzliche Erscheinens- und Aussagepflicht. Gibt es einen konkreten Grund, der angeführt wird, warum das sich ändert? Ja, die Justiz soll effizienter gestaltet werden. Und es soll, das ist der unausgesprochene Grund, natürlich auch die Aufklärungsquote bei Straftaten erhöht werden. Und da hat man es seitens der Polizei, das haben die Gewerkschaften sicher auch dahingehend immer geäußert, immer als Manko empfunden, dass Zeugen bei uns in Deutschland ganz einfach berechtigt sind, jedem Polizeibeamten die kalte Schulter zu zeigen. Es ist den Polizeifunktionären immer sauer aufgestoßen, dass Bürger, die ihre Rechte kennen, halt häufig dann auch sagen, wissen Sie was, es geht mir nicht um Auskunftsverweigerung, Recht, Zeugnisverweigerung, Recht, Verwandtschaft oder Ähnliches. Ich weiß, dass ich nicht mit der Polizei sprechen muss. Und das soll eben jetzt geändert werden, was natürlich als Regelung den Polizeibeamten vor Ort, die ja im Gegensatz zu Staatsanwälten, die sitzen in einer Staatsanwaltschaft in einem Landkreis, den Polizeibeamten, die vor Ort ermitteln, viel ganz neue und relativ heftige Möglichkeiten geben, eben sozusagen Zeugen auch schnell zu einer Aussage zu bringen. Was heißt in dem Kontext schnell? Ja, im Gesetz ist es extrem vage formuliert, wie das der Gesetzgeber ja seit vielen Jahren leider immer wieder tut. Das heißt, man lotet die Grenzen des Rechtsstaats auch dadurch aus, dass man eben schwammig formuliert. Im Gesetz steht drin, Zeugen sind auf Ladung der Polizei zum Erscheinen und zur Aussage verpflichtet. Aus guten Gründen hat der Gesetzgeber offensichtlich darauf verzichtet, eine Ladungsfrist zum Beispiel aufzunehmen. Zu sagen, es wäre ein leichtes gewesen, dass man gesagt hätte, es gelten zum Beispiel die Ladungsfristen aus der Strafprozessordnung. Die ist zum Beispiel jetzt eine Woche. Da hat man dann als Zeuge die Möglichkeit, sich einen Anwalt zu suchen, im Internet die Rechtslage zu recherchieren, dann sich zu überlegen, was mache ich, welche Rechte habe ich. Jetzt nach der Formulierung des Gesetzes ist es eben leider Gottes so, dass gegebenenfalls das auch so ausgelegt werden kann, dass Polizeibeamte an Ort und Stelle sagen, hier, ich lade Sie jetzt, Sie sind ja schon da und jetzt beginnen wir mit der Aussage. Das wäre natürlich eine sehr weite Auslegung des Gesetzes. Die ist aber möglich. Und wie intensiv sozusagen von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht wird, dann auch tatsächlich neuen Druck auf Zeugen auszuüben, die bis dato nicht ausgesagt hätten, das werden dann wiederum die Gerichte zu entscheiden haben. Ich sage es mal so, wenn die ersten Gerichtsurteile darüber ergehen zu diesen Fragen in zwei, drei Jahren, dann sind wir dann einiges schlauer. Aber bis dahin besteht eben das praktische Risiko, dass die Polizei das jetzt als zusätzliches Druckmittel gegenüber Zeugen benutzt. Und damit wird ja dann auch das Recht auf den richterlichen Beistand eigentlich auch untergraben, oder? Ich befürchte das. Also wenn man das mit den Ladungsfristen nicht genau nimmt und zum Beispiel sagt hier, Ladung bedeutet eben im wahrsten Sinne des Wortes Ladung nach dem Motto, bitte kommen Sie übermorgen auf die Polizeiwache und machen dann Ihre Aussage. Kehrdreh- und Angelpunkt aus rechtsstaatlicher Sicht ist nach meiner Meinung die Frage, wie viel Zeit bleibt dem vorgeladenen Zeugen eben, sich eines Beistandes zu versichern? Das Gesetz hat ja vor einiger Zeit, das ist einer der wenigen positiven Aspekte der gesetzlichen Neuregelung in den letzten Jahren, ja ausdrücklich verankert, dass Zeugen in jedem Zeitpunkt des Verfahrens das Recht haben, sich eines Beistandes zu bedienen, also konkret einen Anwalt zu beauftragen. Und für mich rechtsstaatlich ist die entscheidende Frage, wird diese Frist so gewährt werden, dass es eben möglich ist, einen Anwalt, der ja nun auch nicht an jeder Ecke lauert, um dann beizuspringen, dass es möglich ist, ordnungsgemäß einen Beistand nicht nur zu beauftragen, sondern auch zu informieren und mit dem eben die eigenen Rechte zu besprechen. Ich befürchte, dass die Polizei, wenn es dann mal eng wird, eher hart diese Ladungsvorschrift auslegen wird und die Zeugen dann, ich formuliere es ganz offen, wie man das aus anderen Dingen ja auch kennt, halt einfach unter Druck setzt. In dem Kontext passiert es ja auch öfters, dass im Laufe eines Ermittlungsverfahrens aus Zeugen relativ schnell Beschuldigte werden. Kann das Ganze dafür auch weiter ausgenutzt werden? Ja, das ist eine gute Frage. Nicht nur, dass jetzt Zeugen, die sich auch selbst völlig zu Recht als völlig unbeteiligt an der Sache fühlen, sozusagen auch gegen ihren Willen da schon von der Polizei involviert werden können, sehe ich die größte Gefahr eigentlich in dem Graufeld zwischen der Frage, ob jemand Zeuge oder Beschuldigter ist. Nicht immer im Alltag gerade ist es ja klar, welche Rolle jetzt eine Person hat, die von der Polizei befragt werden soll. Wenn Polizeibeamte zum Beispiel an einem Tatort eintreffen, dann wissen die ja in der Regel nicht, wer ist Zeuge und wer ist Beschuldigter, sondern Beschuldigter wird man eben mit dem Fluss der Informationen. Und ich befürchte, und dafür ist das Gesetz nach meiner Einschätzung auch gemacht worden, dass eben hier versucht wird, dann die Leute mit ihrer Zeugenrolle zu konfrontieren und zu sagen, nein, nach dem neuen Gesetz können sie einfach nicht das Gespräch mit uns verweigern. Sie müssen sich jetzt äußern und dass dann eben sozusagen der erste Informationsfluss abgewartet wird, um dann irgendwann, zu welchem Zeitpunkt auch immer, relativ spät vermutlich, zu sagen, ach, uns fällt gerade auf, dass sie uns hier wichtige Informationen gegeben haben, wir belehren sie jetzt pflichtgemäß als Beschuldigten. Ab dem Zeitpunkt hätte man dann ja das Recht, gar nichts mehr zu sagen. Also in dieser Grauzone wird das eine ganz gefährliche und rechtsstaatlich schwierige Maßnahme, weil wir als Verteidiger ja auch immer das Problem haben, dass derartige Gespräche mit Zeugen ohnehin auch heute natürlich versucht wird zu führen, obwohl die Polizei bereits im Hinterkopf hat, dass das ja eigentlich ein Beschuldigter ist. Den belehrt man dann halt einfach ein bisschen später und im schlimmsten Fall wird sogar behauptet, man habe ihn zu einem frühen Zeitpunkt belehrt, obwohl das gar nicht der Fall ist. Also die Rechtslage verkompliziert sich gerade für Menschen, die in einer Situation sind, wo sie selber nicht wissen, ob sie noch Zeuge sind oder Beschuldigter sind, dahingehend, dass sie eben damit rechnen müssen, ganz stark unter Druck gesetzt werden von Polizeibeamten, die das Gesetz sehr extensiv auslegen. Gibt es jetzt in dem Kontext überhaupt eine Möglichkeit, wie man sich davor wehren kann, eine Aussage zu treffen, bis man einen richterlichen Beistand hat? Das gibt es natürlich. Man sollte jetzt wegen des neuen Gesetzes nicht in Panik verfallen. Was wir jetzt eben nicht mehr haben, ist die Möglichkeit, dass man einfach, wenn die Polizei einen anspricht, sagt, ich möchte nicht mit Ihnen reden. Nur auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass das Gesetz eben durchaus von Ladung spricht und dann muss man eben seine Rechte kennen und sagen, wenn Sie mir jetzt sagen, Sie laden mich jetzt und wollen an Ort und Stelle mit mir sprechen, dann ist das nach meiner Meinung juristisch nicht in Ordnung. Ich kenne meine Rechte und ich möchte jedenfalls, dass Sie mich ordentlich vorladen, zum Beispiel auf Übermorgen oder in einer Woche, damit ich auch Gelegenheit habe, einen Beistand zu suchen. Also immer, wenn Polizeibeamte einen in dieser Situation dann sagen sollten, darauf lassen wir uns nicht ein, dann ist das sicherlich rechtsstaatswidrig und verstößt auch gegen die Strafprozessordnung. Denn wie gesagt, das Recht auf einen Zeugenbeistand ist ja gesetzlich verankert. Und das wird eben sozusagen, wäre mein Praxistipp, dass man immer sagt, ist mir völlig egal, welchen Druck Sie aus mich ausüben. Ich habe das gesetzliche Recht, mich auch als Zeuge durch einen Anwalt vertreten und beraten zu lassen. Und wenn Sie dieses Recht jetzt durch Druck vereiteln, dann sage ich erst mal gar nichts. Denn der zweite Schritt, man muss dann wissen, die Polizei hat nicht die Möglichkeit, von sich aus dann an Ort und Stelle irgendwelche Rechtsmittel zu verhängen oder Rechtsstrafen, Ordnungsgelder, Zwangshaft oder ähnliches. Sondern die Frage von Zwangsgeldern, die ist dann wiederum dem Staatsanwalt vorbehalten und Haft darf ohnehin nur einen Richter anordnen. Das führt dann dazu, wenn man dann eben hart bleibt und im Zweifel sagt, wissen Sie was, Sie können mir viel erzählen, lieber Herr Polizist. Ich sage trotzdem nichts, ja. Vor allem nicht ohne einen Anwalt. Dann hat der Polizist auch, das ist das Positive an dem Gesetz, keine unmittelbare Handhabe gegen einen Zwangsgelder festzusetzen oder ähnliches. Das ist ein sehr guter Praxistipp. Schon mal vielleicht noch als allerletzte Info, bevor wir das abschließen. Ab wann ist das gültig? Also ab wann muss man da besonders drauf achten? Der Bundestag hat das Gesetz jetzt beschlossen. Es ist damit, es ist beabsichtigt, oder es ist vorgesehen, dass das Gesetz mit der Verkündung im Bundesgesetzblatt in Kraft auftritt. Das ist erfahrungsgemäß immer einige Tage, maximal zehn bis 14 Tage nach dem Beschluss im Deutschen Bundestag der Fall. Man muss also jetzt damit rechnen, dass das Gesetz sozusagen jeden Tag vom Bundespräsidenten ausgefertigt und im Bundesgesetzblatt verkündet wird, sodass man einfach ab diesem Zeitpunkt dann auch mit der neuen Rechtslage konfrontiert wird. Ich würde sagen, eine Sommerpause nach altem Recht wird uns sicherlich nicht gewährt werden. Und dann